ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde league of legends ich bin ram und heute spiele ich zusammen mit der alexa eine runde aram ich habe mich für kindred entschieden die alexa spielt morgana und jetzt wünsche ich viel spaß beim zuschauen und du gehst hier lang ja mal gucken das team ist ein bisschen aber wenn ich es richtig sehe außer blitzcrank sind die full ad ja doch und macht glaube ich magic damage oder ad weiß ich nicht hier bin ich mir jetzt auch gar nicht ganz sicher so wir nehmen wir denn mal gern nehmen wir als erstes ziel ja bin ich jetzt auch fast näher was heißt fast weil die spiele ich in letzter zeit auch viel also ich bin die toll aber war ja naja naja siehst du auf meinem zweitkanal was ich so mal spiele ja alles kann man da gar nicht angucken dafür spiele ich zu viel aber nicht zu wenig man sehen aber wenn du lust hast kann man demnächst auch mal eine richtige runde spielen hätte ich auch mal drauf sehr viele erinnerungen ja das denke ich auch brauchen ja nicht geht scharf ich habe keinen mana ich habe keinen mana gehen wir doch noch mal rein was sind sie schnell mit kinder habe ich letztens zwei pentas gemacht ne die lade ich alle short videos auf meinem hauptkanal ja habe ich und den habe ich noch und jetzt sterbe ich so ich koch mir mal als erstes das ist immer doof ich hab mir auch die wäschung verloren komme ich nicht hier an doch hier ist wieder aber die nicht mehr läuft aber gar nicht schlecht insgesamt sehr ausgeglichen wir haben beide brutales late game ja aber jackson sind auch beide übel da ist beim busshater blitz habe ich ganz vergessen blitz late game ist natürlich auch wirklich glück geht er wahrscheinlich ja geht mir ähnlich weil die busch piloten ja wenn einer rauskriegt jetzt kommt ja Ja doch, müsste er erst mal kommen. Hm, der will hucken. Ja, so lange aus. Komm zu mir, zu mir! Ja, okay. Ah, Mist, du wirst keine Q mehr sehen. So, machen wir Garen mal ein bisschen Angst. Funktioniert nicht. Haha, der Ton funktioniert. Ah, geil! Hat Bock! Jo! Boah, dammit! Das war zu viel. Ah, wir sind verrufen aber nicht. Ja, funktionieren sollte es, indem ich ihn gekennzeichnet habe. Na, als meine Opfer. Ach so! 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 Ja, aber... Boah, insgesamt war ja nicht verkehrt. Ich will mir jetzt noch richtig schön Rüstungsdurchdringung, dass ich die Tanks auch ein bisschen schreddern kann. Das Blade reicht, glaube ich, schon mehr oder weniger. Ja, ich hole mir jetzt als nächstes letzte Atemzug. So, krass. Wie reicht das? Ja. Boah! 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 Habe ich leider jetzt sowas gekennzeichnet? Ne, ich wollte gerade sagen, wo ist denn das ganze Team? Aber.... Es war ein Heal Patrol. Jake Soder, ein bisschen rumgetanzen. Hm! hmm oh und und auch und 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 Boah, Alter! Boah, Alter! Wenn du mich voll towerdivet hier Da geh ich mir nicht ins Verfahren Nee! Besser nicht Ah, wirst du zu spät Ich könnte sagen, die müssen noch mal tot zu kriegen sein, ja Hmhm Ich hoffe, bei uns geht auch der Jax Oh, du Scheiße, der geht ab Oh je, okay Na, musst du die Tanks Ja, Xen geht für nichts, das ist ein bisschen tanky Ah, läuft Der hat seine ganzen Items verkauft Der hat mich gehört Ja, aber ohne Witz, ey Ich guck mir eben so ein Item Bild an Ich denke, geht ja überhaupt nicht Und schon ein Switch Stopp Ja, folgendes schnell Und dann liegt danach Ja, wirklich Direkt als du das gehört Ich glaube, ich komme doch sehr super los Oh Gott, das ist aber toll Oh Gott, das ist aber toll Ich habe einen fetten Mundo Ich habe einen fetten Mundo Ich habe einen fetten Mundo Boah, der hat aber auch echt lange überlebt Ich habe einen fetten Mundo 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 Ja, der hat auch Ah, ich kriege die Es ist schön von dem Boah, Loll! Ah! Ah, stammet. Ja, insgesamt war das richtig gut, aber die war in die Stadt da so drauf drinnen. Ich bin aber zufrieden, denn Teamfight haben wir gewonnen. Ja, jetzt würde ich gerne mal den Tower passen. Ja. Nach dem Hook dachte ich ja direkt, ich wäre tot. Ja, dachte ich auch. Knappe ulti. Ja, konnte ich gerade noch so zünden. Ich habe es gleich auch ulti, mal gucken, ob da was geht. Mhm. Oh, wir sind schon so sehr. Oha, das war sehr schön. Hey, hey, hey. Haha. Der General hat mich verkürzt, ist ja fies. Haha. Dein Teamfighter ist ein Teamfighter. Ja, genau. Erstmal weg. Ei, Karamba. Und das war jetzt ja. Oh, warte ich 100 Gold? Ja, ich warte. Ihr macht das schon. Hahaha. Ihr macht das schon. Alles easy. So, ich habe jetzt mal die Wayne als Opfer außer Korn. Vielleicht hat sie da ein bisschen mehr Angst. Ja, ich hoffe. Der German hat es nicht so hart. Nee. Aber nichts. Boah. Ah, Mist. Was war das denn? Ja. Wir wollen das Surrender. Ich weiß es nicht, aber ich hab nichts getựt. Schon wieder so ein Pussy. Ich bin der Jax oder Ingweil denn jetzt mit Hafen. Na, das kann sein. Ich will mich nicht wundern. Mhm. Warum? Der versteht der jetzt. Den Tower sind aber definitiv auch los. Was? Ja, da weiß ich nicht, da sind ja ein bisschen lecker von mir Naja, ok, da geh ich lieber doch nicht rein Boah, wie schön, weg mit denen Hast du die Wangen getritten? Ähm, ne Und die fokussen, aber dann sind alle Tanks Ja, ich habe sie auch nicht gesehen, also keine Ahnung Wart man nicht Aber egal So, jetzt haben wir den Inhab sogar vor, bevor die uns anhaben Ah, okay Tauerschock, mal deiner nicht Aufpassen Oha, Mist Her kann ich nicht Oh, scheiße Boah, die haben aber richtig Bock gerade Mhm Versuchen durchzumarschieren Shit Ja, ich habe kein Mana, ist problematisch Oh ja Die haben ohne Mana Wer war das jetzt noch? Jax Der 7-10 Jax In der A-Pitch Ja, der A-Pitch Naja, ist klar Du bist Slash-Clash Ich helfe mich auch nicht Ah, das ist doch 100 Mana Das muss Jax regeln Nein, tut er nicht Schade Ja, leider verloren, kann man nichts machen Ich hoffe auf jeden Fall, das Game hat euch gefallen Und wenn ihr habt, Dom hoch bitte nicht vergessen In diesem Sinne, bis zum nächsten Game Euer Ram